Der Montagmorgen bringt dichte Wolken und Temperaturen von minus 2 Grad. Im weiteren Tagesverlauf kommt aber die Sonne zum Vorschein und es wird ein Maximalwert von 5 Grad erreicht. Die Nacht wird sternenklar bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Auch die kommenden Tage bringen freundliches Wetter. So präsentiert der Dienstag bis zu 11 Stunden Sonnenschein bei minus 3 bis 7 Grad. Zur Wochenmitte ist es den ganzen Tag über sonnig und die Tageshöchsttemperatur beträgt 9 Grad. Ähnliches erwartet uns zum Donnerstag. Dann steigt das Thermometer sogar bis in den zweistelligen Bereich.